Hi Team Götter, was geht ab? Heute geht es um Ablehnung. Wie gehe ich damit um, wenn die Frau mich ablehnt? Das Mindset ist, es gibt überhaupt gar keine Ablehnung. Es gibt ein tolles Beispiel in einem Video von Sascha Daygame. Den Link dazu verlinke ich unten in der Beschreibung. Und er hat das folgende Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Club und da sind 50 Frauen. Und du weißt, eine dieser Frauen hat einen Koffer mit 10.000 Euro in bar. Du kannst die 10.000 Euro bekommen, wenn du jede einzelne Frau fragst, und ob sie den Koffer hat, ob sie das hat, was du suchst, die 10.000 Euro. Wenn du die Frau findest, die den 10.000 Euro Koffer hat, dann wird sie sagen, hey, ja, ich habe ihn, ihn dir geben und du hast das Geld. Alle anderen Frauen werden dich abweisen. Die werden gemein zu dir sein. Die werden sagen, was willst du denn? Ich habe dein Geld nicht, geh weiter. Aber wenn du die Frau findest, die dein Koffer hat, dann bekommst du die 10.000 Euro. Jetzt frag dich selbst, würdest du die 50 Frauen fragen, würdest du alle ansprechen oder würdest du sagen, ach nee, nein, ich lasse das lieber. Ich könnte abgewiesen werden. Das Beispiel zeigt dir Folgendes. Die Frauen, die sagen, oh nein, ich habe das Geld nicht. Die haben dich nicht abgewiesen, die hatten nur nicht das, was du gesucht hast, nämlich die 10.000 Euro. Es ist genau so im richtigen Leben. Du suchst eine Frau, die zu dir passt, und Frauen suchen einen Mann, der zu ihnen passt. Wenn du mit einer Frau sprichst, kann es sein, dass sie sofort herausfindet, dass sie nicht zueinander passt. Du hast dich getraut, sie anzusprechen, und sie sagt, sie hat kein Interesse. Sei nicht gekränkt, wenn das passiert. Freu dich lieber. Erstens hast du dich getraut, sie anzusprechen. Das machen schon mal die Allerwenigsten. Und zweitens hast du viel Zeit gespart, eine Person kennenzulernen, die nicht das hat, was du suchst. Außerdem kommt es im richtigen Leben selten vor, dass man wirklich hart abgewiesen wird. Die meisten Frauen freuen sich darüber, wenn du sie ansprichst. Die sagen, hey, danke, bedanken sich und gehen dann mit dem Lächeln weiter in ihren Tag. Manche ignorieren dich, aber wirklich hart abgewiesen werden, das passiert äußerst selten. Das ist mir vielleicht ein-, zweimal passiert. Und selbst wenn, die Frau hatte einfach nicht das, was du gesucht hast. Hab keine Angst davor, die Frauen anzusprechen. Mach dich auf die Suche nach der Frau, die zu dir passt. Auf dem Weg dann musst du viele Leute kennenlernen, die nicht zu dir passen. Aber du wirst zusätzlich zu der Frau, die du suchst, auch unglaublich viele Leute kennenlernen, die auch einfach in anderen Bereichen des Lebens zu dir passen. Du wirst Freunde kennenlernen, männliche und weibliche. Du wirst viele Leute kennenlernen, du wirst kommunizieren lernen. Und am Ende wirst du das finden, was du suchst. Du darfst nur keine Angst davor haben, zu suchen. Es gibt keine Ablehnung. Frauen haben nur manchmal nicht das, was du suchst. Wenn dir das Video gefallen hat und du willst mehr, jeden Tag kommt ein neues Video, abonnier den Channel, du verpasst nichts mehr. Wenn du super VIP sein willst, like unsere Facebook-Seite, dann hast du alle Updates immer am Start. Wir haben jetzt unsere Website draußen. In der Beschreibung ist die verlinkt. Check sie mal aus, sie ist super awesome. Wenn du noch Fragen hast, egal zu welchem Thema, zur Ablehnung, irgendwelche Beispiele, irgendwelche Fragen zum Thema Flirten, Personal Development, zu uns als Personen, schreib sie einfach in die Kommentare. Wir beantworten sie gerne. Wir lesen auch jeden Kommentar. Ansonsten sehen wir uns morgen. Und denke mal dran, wenn du das nächste Mal eine Frau auf der Straße siehst oder einen Mann, der dir gefällt, get your ass up und sprich sie oder ihn an. Bis morgen.